Die Gottkorts Club Championship ist ein einfaches und vielseitiges Modul, das den Wettkampf sowie die Aktivitäten auf deiner Anlage fördert. Das Modul wird durch Gottkorts aufgeschaltet und ermöglicht es, eine einfache Clubrangliste oder Forderungsliste zu führen. Die Teilnehmer können sich direkt über diese Liste fordern oder zum Spielen einladen. Damit ein Spieler an der Club Championship teilnehmen kann, muss er in seinem Profil dafür angemeldet sein. Er kann das selber machen oder wir übernehmen das für alle Mitglieder in deinem Verein automatisch. Die Reservation kann, sobald der Spielpartner eingetragen ist, als Championship markiert werden. Nach dem Spiel meldet einer der beiden Spieler das Resultat. Der Spielpartner wird über die Resultatmeldung benachrichtigt und muss das Resultat bestätigen. Auch das kann direkt in der App oder über die Webseite mit einem Klick erledigt werden. Als Administrator kannst du auch über die Admin-Reservationstabelle direkt Championship-Spiele für deine Mitglieder erfassen und so ein Turnier erstellen. Trage hierzu einfach alle Spiele mit den entsprechenden Paarungen in die Reservationstabelle ein. Vergiss nicht, die einzelnen Spiele als Championship zu markieren. Die Spieler werden so automatisch über ihre Spiele benachrichtigt und finden den persönlichen Spielplan direkt in ihren aktiven Reservationen. Die Resultate melden die Spieler auch hier selbstständig und die Rangliste aktualisiert sich von alleine. Klick er entsprechend zum Einetzinnen. Vielen Dank.